so als kleinen weiteren test möchte ich jetzt mal ein leistungstest machen der beiden geräte beiden ist die gleiche schleifhülse akkus sind voll hier natürlich der kleine drin 1,3 amperestunden das ist schon heftiges voodoo aber der bosch scheint etwas stärker zu sein das gleiche noch mal bei und schönes also der bosch ist fast nicht zu stoppen hier liegen trotz fast identischer motoren der bosch liegt hier noch etwas vorne würde ich so sagen ich hoffe ich konnte euch ein wenig damit weiterhelfen